Oh, guten Morgen Zürich. Heute köcheln wir den perfekten Tag. Dazu nehmen wir eine Portion Sonne, einen Spritzer See, Zürich, Zürich, etwas hellen Innenhof und ein unglaublich attraktives Kaffee. Wunderschön angerichtet. Wir nennen es... Kaffee! Samt Brunnen. Für die Morgenstunden nehmen wir eine feurige Barista. Edipiou! Ego! Perfetto Per. Ein Risretto. Ein Cappuccino per flour. Ein Latte Macchiato. Ein White Mocha Caramel mit Riesmilch, Leit und mit Röhliwetter. Und ein gehöriger Schuss spontane Gäste von nah und fern. Ah, und wir sind am Schaufen. Jetzt ein asiatischer Koch für den Lunch. Und zum Zweri. Ein Kuchen, bitte. Ich hätte gerne einen Kaffee. Ein gutes Wasser, bitte. Plus drei gehäufte Suppenlöffel Feierabend. Für alle, die noch was vorhaben oder... Wo verleitigt die Meetingsanstoss? Guys, good news. The boss is out tomorrow. Dazu kommen ein paar exquisit abgeschmeckte Häppchen für hungrige Nachtschwärmer und ein formidables Glas Wein. Oder zwei. Noch eine Prise Unerwartetes, etwas Glück, einen Hauch Vollmond, gut schütteln und... Perfekt. Edipiou! Glückwunsch zu everyone!